Sie zählen zu den heimlichen Stars des Gewinnerprojekts, das der Naturschutzbund Groß-Gerau bei der Umweltlotterie genau eingereicht hat. Die Galloway-Rinder sind nämlich wahre Landschaftspfleger und sie gehören Bettina Fey und Helko Fischer. Die Galloway-Rinder kommen ursprünglich aus dem schottischen Hochland und sind halt unwahrscheinlich günstig für die Landschaftspflege, weil sie auch jedem Wetter halt standhalten und die fressen halt die Fläche frei, halten halt den Bruchs niedrig und Gebüsch fressen sie runter, damit die Fläche halt offen bleibt. Die Fläche muss offen bleiben, weil es um ein riesiges Naturschutzgebiet geht, das zu den größten Niedermoorgebieten Deutschlands zählt. Und der NABU-Kreisverband Groß-Gerau möchte mit seiner Arbeitsgemeinschaft Bruchwiesen das Areal schützen. Das ist ein Niedermoor. Niedermoor speichert ein Vielfaches an CO2 von Wäldern. Deswegen hat es auch eine große Klimarelevanz. Also nicht nur deswegen setzen wir uns für den Schutz hier dieses Gebietes ein. Das hat ja auch durch die Beschaffenheit und auch durch das viele Wasser hier eine besondere Bedeutung für die Artenvielfalt. Zu der Artenvielfalt zählen zum Beispiel der Eisvogel. Aber auch das Tümpfelsumpfhuhn, der Wasserläufer. Das seltene Zwergsumpfhuhn, Wasserfrösche. Die langschnäbelige Bekasine, aber auch seltene Pflanzen wie Orchideen. Außerdem suchen auch Kraniche die Bruchwiesen auf, um Rast zu machen, wenn sie Richtung Süden fliegen. Besonders stolz sind die Büttelborner auf einen weiteren Landschaftsarchitekten, der maßgeblich dazu beiträgt, dass sich hier das Wasser staut. Der Biber sorgt dafür, dass wir hier wieder mehr Wasser in den Bruchwiesen haben. Das ist im Prinzip der Urzustand. Es war schon immer hier im hessischen Ried in den Alteneckerschlingen sehr viel Wasser in der Fläche. Und durch die ganzen Gräben ist es abgeleitet worden. Wir brauchen aber Wasser in der Fläche, um einfach diese Artenvielfalt zu erhalten. Der NABU betreut und pflegt rund 50 Hektar Feuchtwiesen im Niedermoor des EU-Vogelschutzgebietes hessische Altneckerschlingen. Und der Verein hat mit den 5000 Euro von der Umweltlotterie genau noch viel vor. Was wir anstreben, ist halt auf der anderen Seite hier von diesen Gräben auch noch Grundstücke aufzukaufen. Dafür brauchen wir natürlich auch viel Geld. Es gibt zwar Förderprogramme, wir müssen aber auch immer einen entsprechenden Eigenanteil mit einbringen. Und dafür brauchen wir wirklich auch viel Geld. Außerdem sollen weitere Bänke aufgestellt werden. Schließlich wollen auch Spaziergänger sich an der Schönheit der Tiere und der Natur erfreuen und mal Pause machen. Das Projekt Schutz und Revitalisierung des Niedermores Bruchwiesen von Büttelborn ist ein umfassendes Arten- und Klimaschutzprojekt. Wer sich engagieren möchte, ist beim NABU-Kreisverband Groß-Gerau willkommen. Denn die AG Bruchwiesen braucht viele helfende Hände. Zu tun gibt es immer was, zu gucken und zu erleben auch.